Hallo meine lieben Freunde meines Kanal. Es ist ja wieder eine wunderschöne Aufnahme des James Webb Teleskops. Was wir hier sehen, das ist der Pandora-Galaxienhaufen, circa 3 Milliarden Lichtjahre entfernt. Masse des Gesamtkonstruktes circa 4 Billiarden Sonnenmassen. Da muss man natürlich immer ein bisschen aufpassen. Unsere Sonne ist jetzt kein Standardstern. Das heißt, es gibt wesentlich massereichere Sterne. Es gibt aber auch Sterne, die haben weniger Masse. Nimmt man jetzt unsere Galaxie zum Beispiel, könnte man sagen, naja, der Anteil an roten Zwergen in unserer Galaxie ist sehr hoch. Was jetzt die Sternenanzahl angeht, da können wir jetzt drüber streiten. Aber selbst wenn es 4 Billiarden Sterne sind in diesem Haufen, also verteilt auf die verschiedenen Galaxien, ist das natürlich schon der Hammer, logischerweise. Also das ist schon ein gigantisches Konstrukt. Insgesamt 50.000 Lichtquellen gibt es hier in diesem Bild und 99,99999 Prozent dieser Lichtpunkte, das sind Galaxien. Das ist auch interessant, dass wir hier nur Galaxien sehen im Grunde genommen. Und bezüglich auch der Analyse dieses Galaxienhaufens jetzt auch aus den James-Web-Daten raus. Da gibt es da unten so eine Leuchtturm-Galaxie. Dieses Objekt hier wurde mit dem Hubble-Weltraumteleskop schon vermessen und auch die Entfernung bereits eingeschätzt. Das heißt also, hier kann man sagen, okay, diese Galaxie befindet sich so und so viele Milliarden Lichtjahre von uns entfernt. Und deswegen kann man die mehr oder weniger dann dazu verwenden, auch den Rest des Bildes ein bisschen zu analysieren bezüglich der Wellenlängen. Wir haben ja eine Raumausdehnung. Dadurch bewegen sich Galaxien, die sehr weit in der Vergangenheit liegen, von uns weg. Das heißt, wir haben hier eine Rotverschiebung. Und anhand der Rotverschiebung kann man dann die einzelnen Galaxien einschätzen, wie weit die sich ungefähr entfernt befinden. Rotverschiebung selber, das ist also die Hubble-Konstante unter anderem auch. Ja, da gibt es ein paar Diskussionen. Ist die jetzt wirklich geeignet? Passiert das im Universum überall gleich mit der Raumausdehnung? Gibt es Unterschiede und so weiter und so fort? Das heißt also, da gibt es auch in der Wissenschaft eine Diskussion darüber. Aber so Pi mal Daumen. Ja, ich weiß, in der Wissenschaft ist das jetzt natürlich immer so ein Problem. Darum untersucht man die Hubble-Konstante ja auch ständig, ob das wirklich so stimmt. Aber man kann die Entfernungen dann relativ gut einschätzen. Wie weit sind denn Objekte von uns entfernt? Aber in diesem Foto gibt es ein Objekt und das ist jetzt schon ein großes Fragezeichen. Und das Foto ist gigantisch. Das muss man auch sagen. Das heißt also, man kann hier sehr, sehr weit reinzoomen. Und jetzt muss ich mich ganz kurz mal orientieren, denn ich suche jetzt hier in diesem Bild ein ganz spezielles Objekt. Jetzt habe ich es gefunden. Es ist gar nicht so einfach zu finden. Und zwar dieser rote Punkt hier. Ja, dieser rote Punkt, da weiß man momentan nicht, was das ist. Es ist, es muss sehr weit entfernt sein. Also über 10 Milliarden Lichtjahre entfernt. Oder besser gesagt, liegt 10 Milliarden Jahre in der Vergangenheit, als dieses Licht ausgesendet wurde, was wir jetzt hier erreichen. In der Realität befindet sich dieses Objekt wahrscheinlich schon 20, 25 Milliarden Lichtjahre von uns entfernt. Das heißt also, durch die Raumausdehnung sind die Galaxien ja nicht mehr da, wo sie sind. Und sie haben ja auch eine Eigenbewegung. Das heißt also, wir sehen hier die Vergangenheit einer Position eines Objektes, die normalerweise auch irrelevant ist. Wir sehen nur im Grunde genommen einen Livestream von vor 10 Milliarden Jahren oder darüber bei dieser Galaxie. Wenn wir das ganze Universum als Livestream sehen, dann sehen wir tatsächlich, wenn wir ganz an den Anfang gucken, würden wir quasi zurückspulen im Livestream. Das heißt also, ganz weit zurück hier bei YouTube beim Livestream. Mist, Livestream verpasst muss ich ganz weit rüber, damit ich den Anfang noch sehen kann. Und seither bewegen wir uns mehr oder weniger auf dieser Zeitlinie. Aber wir sind immer da vorne. Das, was jetzt passiert, können wir nicht sehen da draußen. Das heißt also, das ist ein Problem. Naja, wenn man es als Problem bezeichnen will. Es hat ja auch seine Vorteile. Also dieses Objekt ist unbekannt im Sinne von, man kann nicht sagen, was es ist. Vermutet wird momentan, dass es sich tatsächlich um eines der ersten supermassiven schwarzen Löcher im Universum handeln könnte. Aufgrund eben auch der Energie und dieses eng begrenzten Bereiches. Und wenn man das ein bisschen analysiert, dann sieht man, dass also in der Mitte mehr oder weniger ein hoher Energieausstoß stattfindet in bestimmten Wellenlängen. Das Ganze aber sehr kompakt ist. Also das ist durchaus bemerkenswert, dieses Objekt. Wir haben aber in diesem Foto generell immer wieder solche Objekte. Auch hier zum Beispiel. Und da ist eben die Frage, was sind diese Objekte? Im Übrigen dieses komische Muster hier, das kommt von den Spiegeln des Teleskops. Nicht wundern, das ist keine Schneeflocke. Aber wie dem auch sei, definitiv gibt es einige dieser Objekte, die man, wenn man sie jetzt hier untersucht, dann auch zuordnen kann. Dass man sagt, okay, hier haben wir zum Beispiel vielleicht ein supermassives schwarzes Loch oder ein Quasar. Das heißt also, ein quasi-stellares Objekt, eine Galaxie, ein aktiver Galaxienkern, der dann dementsprechend diese Energie aussendet. Bei den anderen hier ist es klar, aber hier gibt es eben eine Besonderheit, die jetzt mit den gängigen Erklärungen momentan nicht übereinstimmt. Aber man ist ja noch dabei, dieses Foto zu analysieren. Also eine sehr interessante Geschichte und auch wieder ein absolut tolles Foto. Müssen wir mal das angucken. Also jede dieser Galaxien, die ihr hier seht, haben ungefähr 100 Milliarden Sterne. Also im Schnitt gibt es manche Galaxien, die haben eine Billion Sterne. Also die sind dann wesentlich massiver. Teilweise sogar mehr als 2, 3 Billionen Sterne in einer Galaxie. Das heißt also, hier haben wir so einen Durchschnitt an Galaxiegrößen. Je weiter wir in der Vergangenheit zurückschauen, desto weniger Sterne gibt es in den Galaxien. Das hängt eben auch damit zusammen, dass die Sternenbildung am Anfang des Universums erstmal anlaufen musste. Das heißt also, es gibt hier verschiedene Stadien. Also wenn man hier in die Vergangenheit hinausguckt, dann sieht man Galaxien in verschiedenen Stadien, die uns dann eben auch sagen können, wie war es denn damals? Also vor 2 Milliarden Jahren, vor 3, vor 4, vor 5 Milliarden Jahren. Wie ist die Galaxien-Evolution im Universum dann vonstatten gegangen? Sehr interessantes Thema. Vor allem, wenn man dann auch wieder Objekte findet, wie unseren kleinen Punkt hier, der dann wieder ein Fragezeichen erzeugt. Was ist jetzt das? Kann man das erklären? Gibt es da irgendeinen Ansatz, dass man sagen kann, okay, pass mal auf, wir haben ja Vergleichsobjekte, wenn man die Lichtwellen hier analysiert, also die Lichtkurven sich genauer anschaut, passt das dann zusammen zum Beispiel mit anderen Objekten, die man kennt, wird jetzt hier zum Beispiel auch durch die im Vordergrund befindlichen Galaxien das Licht dementsprechend auch gebeugt, also durch die Gravitationslinse. Das heißt also, welche Effekte entstehen hier im Bereich der Beobachtung? Das ist eine sehr interessante generelle Geschichte, weil man hier auch in diesen Spektren dann teilweise solche Objekte entdeckt, da wo man sagt, ist das jetzt ein Bildfehler oder kommt das jetzt zum Beispiel durch die Gravitationslinse, haben wir hier einen Doppeleffekt durch irgendein Objekt, welches sich vielleicht in einem ganz anderen Bereich befindet, also eine Spiegelung durch die Lichtbeugung kann auch sein und das ist natürlich eine tolle Geschichte, solche Fotos zu analysieren. Ich packe euch mal den Link unten in die Videobeschreibung dieses Fotos, dann könnt ihr euch das in Ruhe selber anschauen und hier ein bisschen so durchwandern. Also das ist schon absolut faszinierend und das zeigt auch mal wieder, wie gigantisch das Universum ist. Also alleine der Bereich, den man hier beobachtet, ist ja schon komplett unüberblickbar und das ist ja nur ein minimaler Ausschnitt des Nachthimmels. Also wir haben ja hier einen minimalen Sichtwinkel, was jetzt zum Beispiel auch die Beobachtung angeht und selbst hier haben wir schon 50.000 Objekte, die man als Galaxien identifizieren kann. Also das ist schon wirklich der Hammer, was unser Universum für uns so bietet zum Anschauen und natürlich auch zum Feststellen, wie es denn vielleicht irgendwann mal entstanden ist. Das ist ja auch so die große Frage. Es gibt ja die Urknalltheorie, die passt eigentlich ganz gut. Da kann man sagen, okay, da kann man also vieles erklären. Das meiste, was man jetzt momentan so da draußen sieht, lässt sich damit erklären, dann hast du halt noch zwei Platzhalter, dunkle Energie, dunkle Materie. Die musst du halt noch mit irgendwas füllen. Also da musst du halt noch irgendwie was herausfinden, was das denn eigentlich sein soll, damit du dann quasi gucken kannst, passt das dann zum Beispiel zum Urknallmodell oder muss man dann sich ein bisschen Gedanken machen, wie es anders entstanden sein könnte. Aber es dient ja auch mehr oder weniger jedes Foto, im Übrigen auch vom James Webb Teleskop, eben genau der Forschung herauszufinden, passen unsere Annahmen, die wir theoretisch erstellen, zur praktischen Anwendung. Da sieht man jetzt hier zum Beispiel irgendwas, was man mit der Relativität in Verbindung bringt, eben zum Beispiel die Raumkrümmung hier. Das heißt also durch diesen Galaxiencluster und dann dementsprechend der Lichtbeugung und dieses Gravitationslinseneffektes. Kann man das beobachten? Stimmt die Theorie. Das heißt also, ja, Masse krümmt Raum. Nein, das ist so. Und dieses Gravitationsfeld, was dann eben hier erzeugt wird, das sorgt eben dafür, dass das Licht eben diesen Bogen machen muss. Das passt ganz gut. Und auch, was die Raumausdehnung angeht, wenn man jetzt zum Beispiel verschiedene Galaxien betrachtet und sagt, okay, ich habe ja im Vordergrund den Abel 2744, also den Pandora-Galaxienhaufen, da ist das Licht so weißlich, ist jetzt noch nicht so weit entfernt. Und wenn ich mir dann Galaxien anschaue, die im Hintergrund sind, die sind dann plötzlich rötlich. Also aber warum? Ja, warum sind die rötlich? Also muss ja irgendwie mit irgendwas zu tun haben. Und dann kommt man eben auf die Raumausdehnung, also nicht auf die Eigenbewegung der Galaxien, weil die kann nämlich den Effekt natürlich auch ein bisschen beeinflussen. Das heißt, wenn eine Galaxie in diesem Haufen oder in einem größeren Haufen auf uns zukommt, dann verschiebt sich das ins Bläuliche. Aber wenn im Großen und Ganzen, wenn man da rausschaut, alle Galaxien oder die meisten Galaxien dann eine Rotverschiebung aufweisen, dann muss irgendetwas dafür verantwortlich sein, dass die ins Rote verschoben sind. Also die Wellenlänge länger wird. Und das ist ja der entscheidende Punkt. Das heißt also, dann entwickelt man eine Theorie. Dann sagt man, okay, ich habe hier verschiedene Hypothesen bezüglich dieses Effektes und dann fange ich an, diese Theorie auszubauen. Dann sage ich, okay, was kennen wir denn alles so? Zum Beispiel ein Doppler-Effekt. Also kennt ihr ja von der Sirene, von der Polizei oder von der Feuerwehr oder was auch immer. Kommen sie auf euch zu, hat sie einen höheren Ton, fährt sie von euch weg, hat sie einen tieferen Ton. Ah, woran liegt denn das? Ja, das liegt eben an der Veränderung der Wellenlänge. Und das gibt es beim Licht auch. Das heißt also, wenn sich etwas von uns weg bewegt, dann wird die Wellenlänge länger. Ja, also ich habe dann plötzlich eine Verschiebung ins Rötliche. Und wenn es auf dich zukommt, dann hast du eine Verschiebung ins Bläuliche. Das nutzt man im Übrigen auch für die Entdeckung von Exoplaneten. Jetzt weiß ich nicht, nehmen wir mal diese Quelle hier, also nehmen wir mal an, das ist ein Stern. Dann hat der Licht und da kommt der Licht auf uns zu. Das könnte man ja nicht sehen. Also gucke ich jetzt, wie verhält sich die Lichtkurve, also wie die Wellenlänge des Sterns. Und wenn da in irgendeiner Form ein Planet in diesem System ist, der da außen rumkreist, ja, und am besten noch hinter dem Stern vorbeizieht, dann sehe ich plötzlich, dass sich die Wellenlänge des Sterns ändert. Also des Lichts des Sterns. Und die wird plötzlich, wenn jetzt der Planet dahinter ist, wird die Wellenlänge länger. Das heißt also, ich habe eine Verschiebung ins Rötliche. Ist der Planet vor dem Stern, zieht dann zu uns hin ein bisschen, ja, ein bisschen, nur ein ganz kleines Bisserl. Aber das kann ich auch sehen. Und wenn ich dann das zyklisch sehe, dann weiß ich, da bewegt sich irgendein Objekt um diesen Stern. Das heißt also, alles, was wir wissen und was wir annehmen, also auch bezüglich des Urknalls und so weiter und so fort und Relativität und, 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 funktioniert super. Das heißt, dann gibt es ja auch die Urknalltheorie, weil es eben passt. Kann sich irgendwann mal ändern, wenn man irgendwie eine andere Entdeckung macht. Aber momentan passt das alles ganz gut. Da muss man auch da nicht drüber diskutieren, großartig. Sondern man nimmt das, was man hat und versucht herauszufinden, ob es stimmt. Es kann nämlich durchaus mal sein, dass man dann was entdeckt, wo man sagt, ah, das passt ja gar nicht. Und dann fällt es halt. Das ist bei den meisten Theorien so. Was sie irgendwann mal fallen und dass es dann einen Ersatz dafür gibt. Und was das ist, weiß ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Ja, ein Space Wurm. Weiß nicht, da gab es mal so ein Spiel. Wie hieß jetzt das? Ich weiß es nicht mehr. Aber das war schon sehr, sehr lange her. Da hattest du ja auch solche Segmente und dann musstest du, war das nicht Snakes oder irgendwas? Keine Ahnung. Also auch ein sehr interessantes Objekt. Wahrscheinlich eine Galaxie mit verschiedenen Masseschwerpunkten bezüglich der Sternentwicklung. Aber aus dem Bild heraus kann ich es jetzt nicht sagen. Aber auf jeden Fall witzig. Also das heißt also, wenn man dieses Foto generell anschaut, dann findet man immer wieder irgendwas, wo man sagt, ey, das ist interessant. Das gucke ich mir an. Und in der Wissenschaft ist es ja ähnlich. Also du sitzt ja nicht da und sagst, boah, das ist langweilig. Sondern du machst den Job ja, weil du sagst, hey, warte mal. Also das interessiert mich jetzt ja schon, was das ist. Also ich will jetzt wissen, warum habe ich hier diesen roten Punkt? Was ist das? Und das ist ja das Interessante an der Wissenschaft. Und wenn du es dann rausfindest, dann ist das natürlich toll, logischerweise. Und wir werden sehen, ob es irgendeine Erklärung zu diesem Punkt gibt. Bin sehr gespannt. So, mein Lieben, jetzt wünsche ich euch noch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.